herzlich willkommen leute zu einer weiteren folge minecraft legend michigo hallo und drauf auf dem server in welche zwischen worte fack ist nicht die version drin natürlich aber wir haben die session nicht um die version also dass wir auf den verdammten server warum nicht du hattest alles aus unserer kiste mitgenommen das meiste ich weiß nicht ob es alles war aber ja wir haben so alles ich muss neu starten bis gleich okay weil ich würde sagen wir gehen schnell in der sein der folge so legend rüstungen aus dias und blablabla aber wir wollen nether rüstung ja es gibt ganz viele nether schwerter wenn man sie mit tränken kraftet und kraft nether ricks und kloster ok nächster versuch nö geht immer noch nicht schön gut dann ja ja noch mal runter dann habe ich mir in zwei minuten steht er bei dir einfach nur fail to lock in invalid session try to restart your game mal einen kurzen cut bis es geschafft ist so da sind wir wieder haben wir aber nur noch circa 15 minuten zeit weil ich schon also ich brauche ein pickaxe und schnell ich habe nämlich gar nichts wieder kein tun was ist für eine scheiße hier das spiel gibt es wahrscheinlich nicht mit ton gut dann eben nicht hat man so bei ihm auf okay gut zack hallo steine waffen cool du hast alles eingesammelt also ich habe nichts hier haste futter dann habe ich pickaxe wichtig dann müssen wir los ja ich habe wie gesagt nur eine an welchem holz damit wir pickaxe machen können ich mach schon ok 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 und los ok so wie sieht es aktuell aus ich glaube da hat sich noch nichts getan sehr gut ja ich glaube da hat noch keiner gekämpft hoch das dunkel hier ist welcher weg war das mittlere nein ja doch 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 komm da raus hier haben wir uns ein bisschen versteckt wo bist du treppe hoch dein auf deine aufnahme hat gerade einen timer ne ja die regen vorsicht das sah sehr hell aus da unten oder dass du da mal fackeln reingestellt nope weil es sah aus als wenn unten eine fackel gestanden hätte dann hat aber unten wahrscheinlich eine fackel gestanden aber ich kann nicht rennen warum weil es laggt und ich irgendwo ständig hängen bleibe übrigens heute ist ganz früh morgens um wieder einen leuten auszuweichen nether portal muss irgendwo in der mittel stehen ich weiß nicht hundertprozentig wo ok das muss hier irgendwo sein ich glaube hier ich glaube hier siehst mich ich komme ich habe mich schnell weggeworfen es ist weg was zum dann töte ich die holz nein ich mache mir ein neues ganz einfach so wo bist du? hinter dir 180 grad warte reconnecten guten tag so was genau brauchen wir und wie viel davon? erstmal glowstone ungefähr zwei pro teil also glowstone das jeweils vier hier oben hängt schon mal glowstone meine zombie big men sind nackt das ist obszön versuch du die mal anzugreifen was? äh nicht anzugreifen die den glowstone abzubauen ich versuche quarts zu finden können wir quarts ohne iron picker abbauen? bestimmt nicht oder? keine ahne ja ich muss mir eben so neue pickers craften gehen ich habe hier welche komm her äh wieso hast du alles weggeworfen was du hattest? nein aber du hast gesagt du machst schon welche und dann habe ich natürlich keine gemacht du hast 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 du doch das geht gut doch Quarz geht doch mit stein spitzacken ja genau schauen wir mal kurz mit abbauen also wir brauchen 2 3 6 Quarz Blöcke insgesamt und 2 4 6 7 Glowstone Blöcke 14 Glowstone 6 Quarz also 24 Quarz und wenn ich hier runter falle bin ich tot das muss aber nicht unbedingt das wäre blöd ich lieber das da oben noch mal siehst du noch Glowstone den man dran kommen kann Gesundheit ähm was siehst du noch Glowstone den man dran kommen kann gerade nicht immer ganz viel Quarz dafür ähm der Osterhund könnte schwierig werden ich hab jetzt sechs Blöcke Quarz habe ich gleich zusammen wir wollen jetzt bevorzugen wirklich Glowstone ok dann höre ich auf Quarz zusammen und nehmen Glowstone wir wollen auch noch ganz wie netherrack oder nicht äh ja aber netherrack du hast ja gesagt man kann die netherdinger die wir hier abbauen einfach brennen aber auch noch eine ganze Menge für denke ich mal hier oben behalt stopp wo ich zu weit weg gehen mache ich mir ein Waypoint für den Blöden du bist nicht so weit weil du stehst genau im Portal ja und wenn ich aber jetzt weggehe und nicht mehr zurück finde ist kacke ok bäm wunderbar ach da bist du hallo deswegen sag ich ja du bist nicht weit weg ja 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 hier lang ok da ist noch Glowstone ob ich da dran kommen ist die andere Frage Hauptsache nicht runterfallen aber das wird schwierig vielleicht so nochmal schauen ob ich mir nicht verrechnet hab zwei drei nein ok das habe ich alles jetzt Glowstone suchen die rige Angelegenheit aber ich glaube da vielleicht da in allem also so fiese schluchten ist das Problem aber da hat schon mal jemand ein bisschen Glowstone abgebaut aber da hat er noch einiges übrig gelassen gut für uns oh Gott das könnte das könnte wehtun Moment wie gesagt das Wichtigste ist lieber sicher abbauen abbauen ja nur darüber zu kommen ha halb so schlimm ok alles gut so Feuer aus und ab hoch da an der Region einsammeln kommen wenn du schon da bist ich bin schon oben und baue ab aber ok dann lass es fallen dann baue ich mich wieder runter Vorsicht du bist ein bisschen weit weg jetzt geh auf jeden Fall keinen Schritt nach vorne nein ich bin das liegt ja dann lass die Tasse auch nicht los oh ich hab flach jetzt einfach mal los weil weil wegen lustig und so próxim hast du noch mal von glostone wenn sieben blöcke ich habe auch sieben ich habe acht hatte ich rede noch mal nach schnell weil er kommt hier so wie 67 blöcke für eine rüstung okay ich hab wir haben beide das reicht okay jetzt noch netherrack wie heißen die nether ziegel ne vier stück braucht man für einen also für netherrack für einen 3 5 9 10 für die rüstung also ich habe für 80 ich habe also 50 jaja gut dann aber mehr genug warte das schwert kann man auch noch machen 2 glowstone und zwei quarts block ah und blaze aber die haben jetzt gerade nicht ne gibt es irgendwo eine burg in der nähe ja gibt es aber wir haben keine rüste und keine waffe okay daher können wir direkt erstmal zurück was hast du für einen timer gerade laufen ähm noch vier minuten wir sind gerade auf 15 nicht auf 17 jaja wir sind bei 11 ach hier ist spawn protected ich wollte die kohle abbauen äh tja hieß es nicht mehr kann ich alles abbauen hinter mir noch jau ich schau mal kurz hier unten rein weil hier ist wirklich ne fackel gesetzt worden mhm wahrscheinlich zum sand abbauen oder so ach ne ach da waren wir doch da waren wir drin ja stimmt ja das war die eigentlich kleine höhle da unten geh du schon mal rein weil ich muss hinter uns zu bauen ja du hast aber wahrscheinlich mein äh gebrannten stein nö ich habe keinen gebrannten stein in der kiste sein dann muss ich nämlich gleich wieder hoch rennen ok sand und erde so wenn ich erde mit der faust abbaue behalte ich die nicht doch eigentlich schon nö die ist weg ok ach wurde noch nicht angezeigt ok ok so kannst du die öfen mal irgendwie so gleich weit vorbereiten dass wir ganz viel brennen können so die kohle haben wir halt nicht ich habe noch kohle ah ok leider nicht viel was ist gerade hier oder hier sind drei drinnen da ungefähr gleich verteilt und wenn man da so putzt du da super wenn man da so Noch ein paar Sekunden, dann ist es vorbei. Nein, aber ich kann schon wissen. Sind wir gleich bei 15 dann? Jawoll. Okay, dann würde ich sagen, schaut mal bei Shigo vorbei, schaut euch noch bei anderen lebenden Teilnehmern um. Bei uns wird es hier ein bisschen knapp, aber wir schauen mal, dass wir hier jetzt noch ein bisschen zurückkommen. Wir haben jetzt ja erstmal eine Rüstung, die sollt ihr erstmal ein bisschen halten. Und die Rüstung wird bestimmt im nächsten Part fettig sein. Aber wir müssen hier ausloggen wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.